Man hat bei der Justiz sicher eins unterschätzt und das sollte man auch hier nicht unterschätzen. Das sind keine normalen Angeklagten, sondern es sind in Anführungszeichen Überzeugungstäter, die sich zu Unrecht hier vor Gericht gezerrt fühlen. Die Tür sich entwart, der Abend bricht, was dann geschieht, du glaubst es nicht. Verwaffnete Männer in deinem Schlafzimmer, wieso, weshalb du hast keinen Schimmer. Splitter Wasser nackt mit den Händen nach oben, wehrt sie mich mit der Klare bedroht. Ich fühl mich weh, bald versteh ich Spaß, bis hin vor der Haftgericht darin saß. Bist du arm oder am Vorseit? Freier Mensch, wo das Kabel reist? Wer der Uwe, der Maut durchs Leben geht? In jedem Kampf, deinem Mann besteht. Es klingt 25 Jahre, kommt dieses Ding. Es klingt 25 Jahre, im Kampf wird ein Schlag. Die Haftgerin, voller Hass in den Augen, schwingt der Blick nach dieses Naßbettung. Da oben sind 22 Jahre, die Menschen haben einen Knast. Keine Aussage, dann gibt jeder Verlass. Und er nackt die Tage, pure Isolation, überwärte Volk und Nation. Nervsusabbruch meiner Mutter daheim, doch da verraten niemals die Jansportzeit. Es geht darum, dass wir in einem System leben, was nichts anderes auf seine Fahnen geschrieben hat, als den Untergang unseres Volkes. Und das, genau das ist die Stelle, an die wir auf die Straße bebracht werden müssen, an der wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Keine Aussagen, keine Zugeschnitte, keine Zusammenarbeit mit dem System. Keine Aussagen, keine Zugeschnitte, keine Zugeschnitte, keine Zugeschnitte, keine Zugeschnitte. Reden ist silver, schweigen ins Volk. Reden ist silver, schweigen ins Volk. Über sieben Jahre sind ins Land gegangen drei und ein Verhandlungstag geschöpft mit dem Mann in 2019 auf der Runde drei. Drivilele Vereinigung war noch nicht dabei. Politischer Kleinkrieg, der Staatsanwaltschaft bricht nie. Die neu gewonnen, die Gemeinschaft waren zig Millionen zum Fenster raus. Im Topf gegen rechts trifft man alles in Traum. Willst du wahr oder vor sein? Freier Mensch oder Sklaverei? Wer er oben im Haupt durchs Leben geht? In jedem Kopf, deinen Mann besteh. DIV, EXTREM! 25 Jahre, Kopf des Dissens. DIV, EXTREM! 25 Jahre, im Kopf für ein neuen Schlag. Wie das so ist, von einem Verfahren in das nächste. Aber, das ist ehrlich gesagt gar nichts Besonderes. DIV, EXTREM! Wir müssen uns aufschろう, aufschlucht, aufschlucht, aufschlucht. Wir müssen uns aufschlucht, um dieses SCH.